Meißel, Kripo-Bächtesgarten. Was wollen Sie jetzt da von mir? Wir wüssten ganz gerne, ob Sie den gekannt haben. Nein, ich habe mit dieser Sache nichts zu tun. Ja, wisstens was? Den Typ, den schauen wir uns genau an. Stehbleiben! Waffe runter! Umdrehen, Hände auf den Ballen. Einstand auf die Zusammenarbeit. Willkommen im Team. Jerry. Meißel. Johanna, sei Freundin. Meine Tochter. Familie. Du bist ja unser einziger Zeuge. Schaut, dass du nicht reden kannst. Ich habe dauernd das Gefühl, wir haben was übersehen. Das passt irgendwie alles nicht zusammen. ARD Plus. Wiedersehen macht Freude.